Herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar, abends Nummer 9. Das Thema lautet heute die Stadt aus dem Weltraum. Ich darf nochmal das Material vorstellen. Es gibt zu diesem Seminar einen Ordner, der sieht so aus, mit 24 Heften dabei und grünen Zusatzblättern, wo Erklärungen und Tabellen und Übersichten dabei sind. Und das Heft für heute sieht so aus, das sind 8 Seiten, Heft Nummer 9, die Stadt aus dem Weltraum. Heute haben wir keine Zusatzblätter, die sind mal dabei, mal nicht dabei. Bei Thema 9 ist das ohne Blätter. Es gibt auch eine CD-ROM, die man bekommen kann. Da sind die PowerPoint-Präsentationen drauf, die man hier auch sieht. Und wenn man das Seminar selber halten möchte und auch die Unterlagen, die Teilnehmerunterlagen sind auch dabei. Das Thema heute, die Stadt aus dem Weltraum, ist das schönste Thema vom gesamten Seminar. Wir werden nämlich darüber nachdenken, was Gott für uns vorbereitet hat. Die neue Erde, die ewige Heimat. Ich darf euch einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Himmlischer Vater, wir beten dich an, wir loben und preisen dich. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, dein Wort zu studieren. Wir danken dir für deinen Beistand, für deinen Segen, für deine Bewahrung bis hierher. Wir bitten dich jetzt, wenn wir dein Wort studieren, dass wir es verstehen, dass wir Freude daran haben und dass du unsere Herzen öffnest. Schenk dir jetzt eine Sehnsucht ins Herz zu dieser ewigen Heimat, die du für uns vorbereitet hast, Herr Jesus. Dass wir einmal bei dir sein dürfen, in der Ewigkeit. Segnet du uns jetzt und seid du bei uns. In Jesu Namen, Amen. Was werden sie in der Zukunft tun? Ich meine jetzt nicht morgen oder nächste Woche oder übernächste Woche, auch nicht nächstes Jahr, sondern was werden sie so in zwei Millionen Jahren machen oder in fünf Millionen Jahren? Haben Sie schon Pläne dafür gemacht? Also ich weiß schon, was ich machen werde. Ich bin dort. Dort, was wir heute betrachten werden, was wir uns heute anschauen werden. Und das wird etwas sein, was fantastisch sein wird. Es wird nichts Schöneres geben, überhaupt, auf dieser Welt, was es je gegeben hat und je geben wird, als das, worüber wir heute Abend nachdenken. Ja, das ewige Leben. Was ist das ewige Leben? Wir lesen eine Definition, was Jesus gesagt hat über das ewige Leben. In Johannes Kapitel 17, Vers 3. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Ich habe auch die Seitenzahlen mit angegeben in der Luther 84 Übersetzung. Neuestes Testament, Seite 133. Johannes Kapitel 17, Vers 3. Dort sagt Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Was ist das ewige Leben? Ich dachte, das ewige Leben wäre ein Leben ohne Ende. Ja, natürlich, das ist es auch. Aber wichtiger als die Länge des Lebens, ist die Qualität des Lebens. Jesus sagt hier, das ewige Leben bedeutet Gott erkennen und Jesus Christus erkennen. Und das Wort für erkennen, was hier steht, bedeutet eigentlich, aus dem Kontext heraus, aus dem Zusammenhang von anderen Texten, das wird oftmals für das Einssein von Mann und Frau verwendet. Da steht in Adam, erkannte sein Weib Eva und sie gebar einen Sohn und so weiter. Das heißt, das Einssein körperlich, seelisch, geistig, die engste Gemeinschaft von Mann und Frau. Und so ist dieses Wort erkennen auf Gott bezogen. Dass wir Gott erkennen, bedeutet, dass wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dass wir mit Gott eine enge Lebensgemeinschaft haben. Es war so eng, dass, ja, so wie Paulus sagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, dass wir so eng mit Gott verbunden sind, wie es nur sein kann. Deswegen, es geht nicht nur um die Quantität, nicht nur um die Länge, sondern um die Qualität des Lebens. Stellen Sie sich vor, das Leben würde ewig sein, so wie es jetzt ist. Würde Ihnen das Spaß machen? Würden Sie sagen, jawohl, das mache ich, das würde ich gerne. Es gibt doch genügend Leid und Probleme und Krankheit und Schmerzen und Sorgen. Das Leben kann zwar auch schön sein, aber das Leben kann auch belastend sein. Und das echte Leben, das wahre Leben, das ewige Leben, das Leben mit der echten Qualität, das kommt erst noch. Ich bin sogar überzeugt, dass dieses Leben, was wir hier haben, naja, 50, 60, 70 Jahre vielleicht, vielleicht 80, dass das eigentlich nur eine Entscheidungszeit ist, damit wir am Ende bei Gott sein können. Hier entscheidet sich, ob der Mensch die Ewigkeit bei Gott verbringt oder ewig tot ist. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Leben in der richtigen Priorität auch leben. Dass wir dieses Leben nicht so wichtig nehmen. Manche Leute leben so, als ob es nur dieses Leben geben würde. Aber nein, das eigentliche Leben kommt erst noch. Und vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, erstens die Qualität, der Unterschied, das Leben jetzt mit Sorgen, mit Leid, mit Nöten und dann ein Leben ohne Sorgen, ohne Leid, ohne Krankheit. Und auch noch die Länge. Stellen Sie sich vor, Sie haben denn 100 Jahre, 1000 Jahre, Millionen Jahre, Milliarden Jahre gelebt und dann sagen Sie, erst ist die erste Sekunde vergangene Ewigkeit. Denn was da hinten herkommt, ist noch so lang, ist noch viel, viel länger, als das, was schon gewesen ist. Also die Ewigkeit wird so lang sein. Wie lang ist die Ewigkeit? Das hat mal ein Sonntagsschullehrer seinen Kindern versucht zu vermitteln. Und er hat folgendes Bild gebraucht. Er hat gesagt, ich stelle dir vor, da kommt ein Vogel, alle 1000 Jahre geflogen und er trinkt einen Tropfen aus dem Ozean. Und wenn er den ganzen Ozean leer getrunken hat, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vergangen. So lang ist die Ewigkeit. Jawohl. Aber das wird schon, also auf jeden Fall, langweilig wird uns nicht werden dort. Das werden wir uns nachher anschauen, was wir da alles machen werden. Das ist nachher eins, das was unser Thema nachher auch ist, dass wir da keine Langeweile haben werden. In Römergebüttel 8, Vers 18 sagt Paulus, auch was über das ewige Leben. Römergebüttel 8, Vers 18. Er sagt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Herrlichkeit, von der er spricht, das ist die Herrlichkeit des ewigen Lebens. Wenn wir bei Gott sind, im Himmel sind, auf der neuen Erde sind. Und er sagt, dieser Zeitleiden werden nicht ins Gewicht fallen. Selbst wenn wir das größte Leid dieser Welt auf uns nehmen müssten, selbst wenn wir leiden müssen wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Es ist kein Vergleich zu dem, was kommt. Paulus vergleicht ja auch diese Zeit, die Zeit vor der Wiederkunft, mit den Wehen einer schwangeren Frau. Und es ist halt so, wenn eine Frau Wehen hat und ein Kind bekommt, dann ist das etwas, was sehr schmerzhaft ist und was an den Grenzen des, was ein Mensch aushalten kann. Aber wenn das Kind da ist, dann ist der Schmerz vergessen, dann ist die Freude über das Kind so groß. Und so wird es hier, denke ich, auch sein. Wenn Jesus kommt und wenn wir vielleicht vorher, und die Offenbarung spricht davon, dass in der Zeit vor der Wiederkunft nochmal eine Trübsalzeit kommt, dass es nochmal Schwierigkeiten gibt und dass der Kampf zwischen Gut und Böse auf einen Höhepunkt zugeht. Und das wird so ein Wechsel bei der Gefühle sein. Sie werden einen Tag festsetzen, wo sie alle Gläubigen umbringen wollen. Aber dazu wird es nicht mehr kommen, weil an dem Tag Jesus wiederkommen wird. Und dann wird es nach außen so aussehen, als ob alles zu Ende geht. Als ob alles verloren ist. Und dann kommt Jesus in den Wolken des Himmels, in der Herrlichkeit. Und wird auf einmal das Blatt wenden. Und dann werden die Gläubigen jubeln, dass Jesus kommt, ihr Befreier, ihr Retter. Und die Ungläubigen werden, wie Jesus sagt in Matthäus 24, sie werden wehklagen. Sie werden schreien, sie werden entsetzt sein. Die Herrlichkeit, die kommt, ist so fantastisch, so schön. Und da werden wir uns überlegen, was war gerade gewesen? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Weil die Herrlichkeit so viel größer und schöner ist, als alles, was wir uns überhaupt in unserem Leben vorstellen können. Das heißt, alle unsere Vorstellungskraft wird noch weit übertroffen. Manchmal sagt man so schön, die Vorfreude ist die schönste Freude. Und in diesem Leben ist es manchmal so. Wenn irgendwas Schönes kommt, dann freuen wir uns schon lange darauf. Wenn es dann da ist, dann freuen wir uns vielleicht auch. Aber vielleicht nicht mehr ganz so doll, wie wir uns vorher gefreut haben. Hier wird es anders sein. Wir können uns das Schönste ausmalen, das Schönste ausdenken. Die größte Vorfreude haben. Und die Wirklichkeit wird unsere Vorstellung noch weit, weit übertreffen. Und das Schöne ist, keiner wird enttäuscht sein. Es wird niemanden geben, der im Himmel ist und sagt, na, ich habe mir den Himmel aber anders vorgestellt. Das ist aber komisch hier. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das lieber doch nicht gemacht. Nein, wird es nicht geben. Es wird niemanden geben, der dort unzufrieden ist mit dem, was Gott für ihn vorbereitet hat. Gibt es nicht. Weil die Herrlichkeit so schön ist. Schöner als unsere kühnsten Vorstellungen. Und schöner als alles, was wir uns erträumen können, was wir je erlebt haben. Und alles, was, ja, Paulus sagt, kein Vergleich mit dem jetzigen Leben. Was sagt Paulus über die zukünftige Herrlichkeit? Es ist wirklich, das Leben in der Herrlichkeit Gottes wird so schön werden, dass es selbst unsere kühnsten Träume weit übertreffen wird. Und deshalb dürfen wir uns die schönsten Dinge ausmalen. Gott hat uns schon ein bisschen einen kleinen Blick, ein Schlüsselloch geschenkt. Für diese neue Welt. Damit wir uns schon freuen können darauf. Damit wir eine Sehnsucht haben danach. Damit das Reich Gottes in unserem Leben eine richtige Priorität hat. Und damit wir die Dinge dieser Welt richtig einordnen. Und dass wir die Dinge dieser Welt nicht so wichtig nehmen, wie es manchmal doch geschieht im Alltag. Ja, deswegen das ewige Leben. Das ist etwas sehr Schönes. Drei Dinge wollen wir heute Abend mitnehmen. Drei Dinge sollte man behalten, die wir so für uns mit nach Hause nehmen. Erstens, der Himmel, die neue Erde sind ein realer Ort. Wir werden also nicht irgendwo körperlos umher schweben und dann auf einer Wolke sitzen und Hafe spielen. Ich weiß auch gar nicht, wie Seelen auf einer Hafe spielen sollen, wenn sie gar keine Arme haben. Aber das ist auch nur alles sowieso nicht das, was die Bibel sagt. Der Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem, die Stadt aus dem Weltraum, unser Thema heute, sind ein realer Ort. Wir lesen das in Johannes Gebetel 14, die Verse 1 bis 3. Johannes Gebetel 14, die Verse 1 bis 3. Dort sagt Jesus, das sind seine Abschiedsreden, das war beim Abendmahl. Und er hat ihm versprochen, was er denn tun wird, wenn er weggehen wird, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Da sagt er, Johannes 14, 1 bis 3, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das sind fantastische Versprechungen Jesu, was er hier uns, den Jüngern damals und auch uns sagt. Wohin möchte Jesus uns mitnehmen, wenn er kommt? Jesus sagt, wenn er wiederkommt, wird er uns dorthin mitnehmen, wo er jetzt schon ist. Und wo ist er jetzt? Im Himmel. Das heißt, es wird nicht so sein, wie viele Gläubige glauben, dass die Gläubigen vorher entrückt werden und wenn Jesus kommt, dann kommen die Gläubigen mit Jesus auf die Erde zurück und dann werden sie hier ein irdisches Reich aufrichten. Nein, das steht nicht hier. Hier steht, Jesus kommt wieder, um uns mitzunehmen, nämlich dorthin, wo er jetzt ist, um uns mitzunehmen in den Himmel. Und was macht er in der Zwischenzeit? Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und dort sind Wohnungen. Und diese Wohnungen werde ich für euch vorbereiten. Ja, was für Wohnungen sind denn das? Ja, das ist diese Wohnung, diese Stadt, die er da vorbereitet, die hat einen Namen. Und diese Stadt heißt das neue Jerusalem. Das ist jetzt schon im Himmel existent. Es gibt es dort schon. Und Jesus richtet schon die Wohnungen für uns ein. Für jeden von uns. Da ist schon unser Namensschild an der Tür. Es ist genauso die Größe und wie wir es brauchen. Alles genau auf uns, auf unsere Bedürfnisse abgestimmt. Was ist das neue Jerusalem überhaupt? Also, ich könnte mir vorstellen, dass das zusammenhängt mit dem Garten Eden. Und zwar, als Adam und Eva auf der Erde lebten, als Gott sie geschaffen hatte, gab es ja den Garten Eden, den Gott für sie extra gemacht hatte. Und es gab ja außerhalb des Gartens auch noch die Erde, die Gott geschaffen hatte. Es gab also diese Erde, die geschaffene Erde und zusätzlich den Garten, den Garten Eden. Da war der Baum des Lebens drin und da waren die, der Baum der Erkenntnis war drin und naja und viele andere Dinge. Und als sie gesündigt hatten, mussten sie aus dem Garten raus. Und da stand aber ein Engel vor dem Eingang und hat das bewacht, dass sie nicht rein konnten. Und der Garten Eden stand, ja, wie lange er genau stand, steht in der Bibel nicht drin. Aber der stand bestimmt noch einige hundert Jahre dort. Als Andenken für Adam und Eva, auch für die anderen Menschen, dass sie wussten, was haben sie verpasst? Was war mal ihre Heimat? Und was ist jetzt? Übrigens in dem Buch Patriarchen und Propheten, da steht ein paar andere Sätze dazu drin, da steht, dass dieser Garten Eden bis zur Sintflut auf der Erde gestanden hat. Und dass Gott ihn dann in den Himmel genommen hat. Und ich glaube, das ist meine persönliche Überzeugung, dass dieser Garten Eden das Neue Jerusalem ist. Dass Jesus das ein bisschen umbaut, ein paar mehr Wohnungen rein dazu macht, damit wir auch alle, dass nicht nur Adam und Eva daran wohnen können, sondern dass wir alle daran wohnen können. Und dass wir dann, deswegen, ich glaube, dass die Stadt auch nicht so unbedingt, wir werden es nachher lesen, gleich von der Stadt, dass das alles immer nur so, wie wir unsere heutigen Städte haben, mit Beton und mit, ja auch wenn es goldener Beton ist, aber dass das alles immer nur so, ich glaube, dass das sehr viel Natur hat. Für sie damals war eine Stadt etwas, was Sicherheit gegeben hat. Sicherheit, Geborgenheit, Leben, Gemeinschaft. Wir würden heute eher sagen, ein Garten ist für uns etwas entspannender und verschöneres als eine Großstadt. Wo man vielleicht die Hochhäuser hat und oben ein Stückchen Himmel da oben irgendwo sieht. Ich denke, das ist nicht das, was Gott für uns vorgesehen hat, wo wir uns erholen können. Wenn er menschlich erholen will, wo geht er hin? In die Natur. Ans Meer. Das Meeresrauschen. In die Berge. Vogelgezwitscher. Das Plätschern vom Bach. Das Blätterrauschen. Das sind Geräusche, das sind Eindrücke, die uns zur Ruhe kommen lassen. Wenn wir Stress haben, wenn wir irgendwo gehetzt sind, dann ist es gut, wenn wir einfach in die Natur gehen und dort abschalten. Das baut uns wieder auf, psychisch wieder auf. Und deswegen glaube ich auch, dass Gott das Neue Jerusalem genauso für uns vorbereitet, wie wir auch, wie es uns das gut tut. Ein Ort. Und da ist bestimmt schon eine Wohnung drin, wo dann schon dran steht, Olaf Schröer. Und da sehe ich die Wohnung, die ist für mich reserviert. Und Paulus sagt ja auch schon, für mich ist sogar schon die Krone reserviert. Die liegt schon da für mich, die Krone. Die hat Jesus schon dort hingelegt und wenn ich komme, sagt Paulus, dann gibt es sie mir. Jesus nimmt uns mit. Er bereitet uns für uns eine Wohnung vor. Wir müssen, wenn wir in den Himmel kommen, nicht erst noch unsere Wohnung einrichten und tapezieren und streichen. Nein, es ist alles fertig. Jesus hat für uns alles gemacht. Offenbarung 21. Dort steht, was Gott dann machen wird. Wir hatten beim letzten Thema davon gesprochen. Dass wir in den tausend Jahren im Himmel sind. Im neuen Jerusalem. Und dass nach den tausend Jahren dann das neue Jerusalem auf diese Erde herabkommt und das nochmal ein Kampf sein wird, dass die Ungläubigen auferstehen und dass dann Satan die Ungläubigen verführt zum Kampf gegen die Stadt und dass sie dann die Stadt angreifen werden, aber Gott wird dann sie mit Feuer vernichten und dann wird mit der Sünde und dem Sünder endgültig Schluss gemacht. Das heißt, es wird abgerechnet und dass die Sünde nie wieder sein wird und noch nie wieder aufkommen wird. Und dann wird Gott Folgendes machen. Das lesen wir in Offenbarung 21. Was nach der Vernichtung der alten Erde sein wird. Offenbarung 21. Und das sind wunderbare Verse hier. Das Kapitel 21 der Offenbarung, das sollte man auswendig können. Das ist so tiefgehend, so wohltuend, so fürs Herz zu etwas. Das ist wirklich schön. Das ist so trostreich, zu wissen, was Gott für uns vorbereitet. Hier steht, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das sind wunderbare Verse. Johannes sagt, er sah die alte Erde nicht mehr. Er sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, Gott wird diese Erde neu schaffen. Als Gott diese Erde damals geschaffen hat, vor ungefähr 6000 Jahren, da hat kein Mensch zugeguckt. Da gab es noch keine Menschen. Gott hat die Menschen erst geschaffen, am sechsten Tag und da war er mit der Schöpfung schon fast fertig. Die Menschen waren das Letzte, was er geschaffen hat. Dann werden wir Gott zuschauen, wie er schafft, wie er eine neue Erde schafft. Das wird schon spannend sein. Dann sagt Gott, so und jetzt sollen hier ein paar Bäume stehen, da eine Fichte und da eine Buche und da eine Birke und auf einmal sind die da. Und dann sagt Gott, ja und jetzt soll hier ein Reh rumspringen und dann ist jetzt ein Löwe dort und da sollen ein paar Fische sein und ein Adler, so auch noch, auf einmal fliegen die und sind die da. Das muss schon fantastisch sein, wenn Gott etwas sagt und auf einmal ist es da. Wir können Gott zuschauen und ich denke, wir können auch dann sehen, wie Gott sich freut an dem, was er macht. Denn Gott freut sich an seiner Schöpfung und ich glaube, dass die neue Erde, die neue Schöpfung, mindestens genauso schön sein wird wie die erste. Ob sie noch besser ist, weiß ich nicht, ob Gott noch was besser machen kann, als was er schon gemacht hat, aber auf jeden Fall ist es mindestens genauso schön. Und dann wird Gott diese neue Erde schaffen. Ob Gott die alte Erde vernichtet und Alimenterie vernichtet und alles ganz neu macht oder ob er das Material der Alten verwendet, das spielt keine Rolle. Ist auch egal. Das Entscheidende ist das Ergebnis, dass nämlich am Ende eine neue Erde da ist. Und nicht nur die Erde, sondern auch die Luft muss er neu machen, denn wir haben unsere Luft auch verpestet. Und ich denke auch, vom Weltall muss er auch einiges da sauber machen. Unsere Satelliten, die da rumfliegen und die da irgendwo im Weltraum rumschwirren, muss er alle wieder einsammeln und alle auch vernichten. Auf jeden Fall, dass alles neu ist, dass die Folgen der Sünde nicht mehr existent sind. Und dann steht hier, es wird kein Meer mehr sein. Ist aber schade, oder? Das Meer ist doch so schön. So am Meer zu stehen. Was meint das? Also ich glaube, dass das folgende mitgemeint ist. Wenn wir unsere Weltkugel anschauen, unseren Globus, dann sehen wir ja, dass Amerika und Europa und Afrika zusammenpassen, wenn man sie zusammenschieben würde. Und wenn man nach Australien noch ran schiebt und so weiter, uns die Forscher sagen ja auch, die Wissenschaftler sagen, sie glauben, dass die Welt früher einmal einen Kontinent hatte. Und sie glauben, dass das irgendwann mal über Millionen von Jahren auseinander gedriftet ist. Man kann heute noch feststellen, dass Europa und Amerika jedes Jahr um ein paar Zentimeter sich voneinander entfernen. Das heißt also, man muss jedes Jahr ein bisschen länger fliegen, wenn man nach Amerika fliegt, weil die Entfernung immer größer wird. Es sind zwar ein paar Zentimeter nur, aber es ist immerhin. Und das heißt, die Platten der Erde verschieben sich heute noch. Ich glaube, dass das geschehen ist durch die Sintflut, nach der Sintflut. Da steht auch in dem ersten Mose drin, dass zu einer gewissen Zeit, wo der Pelek geboren wurde, er wurde deswegen auch Pelek genannt, das heißt Zerteilung, als die Erde zerteilt wurde. Das war nach der Sintflut gewesen. Und dass vor der Sintflut es nur einen Kontinent gab. Und das bedeutet, dass jetzt die Meere, der Atlantik, das Mittelmeer, der Indische Ozean, einige Meere, die Menschen trennen voneinander. Und ich glaube, dass diese Meere, die zwischen den Kontinenten liegen, dass die hier mit gemeint sind, die wird es nicht mehr geben. Gott wird wieder eine neue Welt schaffen, ich denke, wo es einen Kontinent gibt, wo alle Menschen zusammen leben, ohne Trennung. Aber außenrum, glaube ich, da wird es schon noch mehr geben. Denn die Frage ist auch, was ist mit den Salzwasserfischen? Die müssen ja auch noch irgendwo bleiben. Die werden sicherlich dann an dem Meer außenrum sein. Auf jeden Fall wird das, was Gott macht, ohne Fehler sein. Es wird perfekt sein. Und dann kommt das neue Jerusalem auf diese neue Erde herab. Gott wird irgendwo da eine Ebene dafür vorbereitet haben und dann kommt es auf das Herab und dann ist das neue Jerusalem. Das heißt, wir werden dann sowohl im neuen Jerusalem leben, auf der neuen Erde, als auch außerhalb vom neuen Jerusalem. Man kann mal reingehen, mal rausgehen, je nachdem. Und dann steht noch etwas. Vers 3. Hier steht die Hütte Gottes bei den Menschen. Das klingt so ein bisschen ärmlich, die Hütte Gottes. Es ist so, es ist eigentlich Gottes Thron gemeint. Gott ist ja eigentlich allgegenwärtig, Gott ist überall. Aber trotzdem gibt es einen Punkt, auch jetzt gibt es einen Punkt im Himmel, wo die Engel und die anderen Wesen Gott anbeten. Übrigens, die Bibel spricht von drei Himmel. Es gibt drei Himmel. Der erste Himmel ist unsere Lufthülle. Der zweite Himmel ist das Universum, der Sternenhimmel. Und der dritte Himmel ist da, wo Gottes Thron ist. Wo der genau ist, wissen wir nicht. Also, es gibt christliche Forscher, die meinen, es könnte beim Orion sein, denn beim Orion ist eine Öffnung und eine Lichtfrequenz, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt, oder im Universum gibt, besser gesagt. Aber das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall wird Gott seinen Thron verlegen. Gott hat jetzt seinen Thron irgendwo, ich denke, außerhalb von unserem Universum. Außerhalb unserer dreidimensionalen Dimensionen, die wir hier haben. Und Gott wird dann seinen Thron verlegen von dort, wo er jetzt ist, wo wir auch die tausend Jahre sein werden, im Himmel, der Gottes Thron, und wird dann seinen Thron auf diese neue Erde verlegen. Gott wird umziehen. Und er wird von dieser neuen Erde das ganze Universum regieren. Das heißt, dann wird unsere Erde der Mittelpunkt des ganzen Universums. Und das ist eigentlich für mich unfassbar. Denn die Bibel spricht davon, es gibt noch andere Welten, die nicht gefallen sind, wo auch Wesen, wo auch Menschen leben, ähnlich wie wir. Die aber nicht gefallen sind, die auch versucht wurden, aber nicht gefallen sind. Und Gott kommt auf diese Erde. Wir sind die einzige Welt, die gefallen ist. Und hier ist dieser Kampf zwischen Gut und Böse, der hier stattfindet. Und gerade unsere, wir sind das schwarze Schaf, kann man sagen. Uns wählt Gott aus, dass er hier mit uns leben wird. Warum lebt Gott nicht bei den anderen? Natürlich, Gott ist ja überall und die anderen werden auch herkommen und Gott, Jesus wird die anderen besuchen, keine Frage. Und trotzdem haben wir dann ein Vorrecht. Eigentlich die, die wir eigentlich am bösesten sind, haben hinterher das größte Vorrecht. Aber ich denke, es liegt auch daran, ich glaube, dass Gott alle seine Geschöpfe liebt. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass die Liebe Jesu und die Liebe Gottes zu uns Menschen noch ein bisschen größer ist als zu den anderen. Warum? Jesus ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden. Er ist nicht ein Wesen geworden einer anderen Welt. Er ist Mensch geworden und als Mensch hat er hier gelebt. Als Mensch gelitten ist für uns gestorben. Und deswegen hat er sich auf ewig mit uns Menschen verbunden. Er wird übrigens in der Ewigkeit seinen menschlichen Körper behalten. Und deswegen ist er mit uns Menschen eng verbunden. Und es gibt noch einen zweiten Grund. Jesus sagt einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wir werden Gott so dankbar sein und Jesus so dankbar sein wie kein anderer. Weil wir haben die Sünde im eigenen Leib erlebt. Wir haben die anderen Wesen, die haben nur zugeschaut, was hier passiert. Das ist schon schlimm genug. Aber wir haben selbst erlebt, was Sünde ist. Wie schlimm Sünde ist. Und wie Sünde uns gefangen hält. Wie wir aus eigener Kraft der Sünde nicht widerstehen können. Und wie Gott uns aus der Sünde herausgerettet hat. Und von daher ist unsere Liebe zu Gott, die Dankbarkeit zu Gott unendlich groß. Ich denke, ich sehe noch einen dritten Grund, warum Gott gerade unsere Welt aussucht, um hier zu leben. Das erste, weil er selbst Mensch geworden ist. Das zweite ist, weil er uns erlöst hat, weil wir ihm große Dankbarkeit und Liebe zu ihm haben, weil er uns erlöst hat. Das dritte ist, wir Menschen sind die Garantie dafür, dass die Sünde nie wieder aufkommt. Eine Frage. Werden wir auf der neuen Erde noch irgendwann wieder sündigen? Ich glaube nicht. Wir werden gleich einen Text noch dazu lesen, der was dazu sagt. Eine andere Frage. Können wir nicht mehr sündigen? Oder werden wir nicht mehr sündigen? Das heißt, ist die Möglichkeit zur Sünde noch da oder ist sie nicht mehr da? Ich bin überzeugt, die Möglichkeit zur Sünde wird immer da sein. Warum? Weil Gott Liebe ist und als liebender Gott möchte er, dass er wieder geliebt wird von seinen Geschöpfen, von den Engeln, von den Menschen, von den anderen Wesen und Liebe ist immer freiwillig. Das heißt, dass die freie Wahl, die freie Möglichkeit jederzeit besteht. Das heißt, jedes Wesen könnte, wenn es wollte, irgendwann sagen, ich will nicht mehr. So wie Satan damals irgendwann gedacht hat, ich liebe Gott nicht mehr und Gott ist nicht gerecht und Gott ist nicht liebevoll und sich gegen Gott gestellt hat. Könnte es sein, dass irgendwann es wieder, rein theoretisch, wieder aufkommen könnte. weil Gott jedem Wesen die freie Wahl immer noch lässt. Aber es wird nicht mehr sein. Warum nicht? Weil das ganze Universum, wir Menschen, gegen die Sünde geimpft sind. Wir haben den Schrecken und das Leid der Sünde erlebt und wir sagen nie wieder. Und von daher, selbst wenn irgendein Wesen sündigen würde, rein theoretisch, oder was der ja nicht sein wird, wenn ein Wesen sündigen würde, dann könnte Gott, ohne dass er seine Liebe und Gerechtigkeit in Frage stellt, dann könnte Gott dieses Wesen sterben lassen und alle würden es verstehen. Alle würden sagen, es ist gut so. Beim ersten Mal, bei Satans Fall, war es nicht so. Da hat noch niemand die Sünde erkannt. Hätte Gott da Satan sterben lassen, er hätte gar nicht ihn aktiv umbringen müssen. Er hätte nur Satan seine eigene Sünde und die Sünde ist Trennung von Gott und dann mit Trennung vom Leben. Er hätte nur Satan seine eigene Sünde tragen lassen müssen in dem Moment und er wäre gestorben. Hätte Gott das gemacht, dann hätten das die Engel und die Wesen damals nicht verstanden. Denn hätte Satan recht gehabt, der gesagt hat, Gott ist ein Despot, der will nur Anbetung für sich und wer nicht das tut, was er will, den tut er gleich vernichten. Hätte er recht gehabt. Deswegen konnte Gott nicht den Aufruhr Satans mit Gewalt besiegen, sondern er musste seinen Charakter offenbaren mit Liebe. Deswegen, damals konnte Gott das nicht tun, weil dann die anderen Engel Angst vor Gott gehabt hätten. Und sie hätten Gott aus Furcht gedient und nicht aus Liebe. Wenn jetzt die Sünde vorbei ist, dann wird kein einziges Wesen mehr im Universum Wert darauf legen, das nochmal durchzumachen. Alle werden sagen, bloß nicht. Und deswegen werden wir unseren freien Willen behalten. Den werden wir behalten. Nur aus dem freien Willen können wir auch Gott wirklich lieben. Aber der freie Wille wird nicht mehr zur Sünde führen und nicht mehr missbraucht werden. Und das ist die gute Nachricht. Gott schafft die neue Erde. Gott wird bei uns wohnen. Er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Das bedeutet, Gott wird mit uns gemeinsam hier wohnen auf der neuen Erde. Das wird wunderbar sein. In der Offenbarung 21 Vers 10 bis 22 Vers 5 haben wir eine Beschreibung des neuen Jerusalems und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Offenbarung 21 Vers 10 bis 22 Vers 5 ist ein längerer Abschnitt. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommend aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein einem Jaspis klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel und Namen darauf geschrieben nämlich die Namen der zwölf Stämme der Israeliten. Von Osten drei Tore von Norden drei Tore von Süden drei Tore von Westen drei Tore und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und auf ihnen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes und der mit mir redete hatte einen Messstab einen goldenen Rohr um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite und er maßt die Stadt mit dem Rohr zwölftausend Stadien die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich und er maßt ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß das der Engel gebrauchte und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold gleich reinem Glas und die Grundsteine der Mauer und die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen der erste Grundstein war ein Jaspis der zweite ein Saphir der dritte ein Chalcedon der vierte ein Smaragd der fünfte ein Sardonyx der sechste ein Sader der siebente ein Chrysolid der achte ein Beryl der neunte ein Topas der zehnte ein Chrysopras der elfte ein Hyazinth der zwölfte ein Amethyst und die zwölf Tore waren zwölf Perlen ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas und ich sah keinen Tempel darin denn der Herr der allmächtige Gott ist ihr Tempel er und das Lamm und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes das sie erscheinen denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage denn da wird keine Nacht mehr sein und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Gräueltut und Lüge sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers klar wie Kristall der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens die tragen zwölfmal Frucht jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne denn Gott der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit das ist eine fantastische Beschreibung des neuen Jerusalems und hier sehen wir auch schon dass hier auch die Bäume beschrieben werden also es wird auch grün sein es wird eigentlich ein Garten sein und wir sehen auch dass der Johannes versucht etwas zu beschreiben was er gesehen hat und es ist so herrlich dass er keine Worte findet dafür er sagt es ist aus aus Gold gleich reinem Glas haben sie schon mal Gold gesehen was durchscheinend ist wie Glas also das sind Materialien er hat die schönsten Materialien die es gibt hier beschrieben und das ist noch es wird noch viel schöner sein ihm fehlen die Worte dafür das neue Jerusalem welche Beschreibung haben wir von diesem neuen Jerusalem einmal die Größe hier wird extra angegeben wie groß sie ist hier steht sie ist 12.000 Stadien groß wie viel ist das? nun wir haben eine Umrechnung wenn sie Luther 84 Übersetzung haben wenn sie zwei Seiten weiterschlagen da steht hier Maße, Gewichte und Münzen und dann steht dort die Längenmaße dann steht hier Wegmaße im Neuen Testament ein Stadion sind 185 Meter das ist so das Maß was sie damals hatten müssen wir also rechnen ein Stadion sind 185 Meter müssen wir also 12.000 mal 185 rechnen wäre es gut im Kopf rechnen also ich habe schon ausgerechnet das sind 2220 Kilometer eine Seitenlänge und die Stadt ist ja viereckig quadratisch angelegt das heißt so und so und eine Seitenlänge 2220 Kilometer also eine riesengroße Stadt es ist ungefähr die Entfernung von Berlin nach Madrid und das dann im Quadrat also es ist ungefähr so groß wie wie Deutschland und Frankreich zusammen kann man sagen die Stadt und die Mauerhöhe ist 144 Ellen eine Elle ist ein halber Meter also 72 Meter hoch ich frage mich warum die überhaupt eine Mauer brauchen in der Stadt naja am Anfang wird sie schon gebraucht denn als sie noch auf der alten Erde steht wollen ja die Ungläubigen die Stadt angreifen und da brauchen sie die Mauer und die ist schon denke ich hoch genug dass sie da nicht gegen an können aber ich denke später ich denke die Mauer ist ist etwas was eine Stadt damals zur Zeit des Johannes der Bibel ohne Stadtmauer war schutzlos ausgeliefert die Mauer ist ein Zeichen für Schutz und auch in der Stadt Tor war das öffentliche Leben die Gerichtsbarkeit das Standesamt und all diese ganzen Sachen waren alle im Stadttor und von daher war das also braucht man eine Mauer in dem Sinne dass das Leben in der Stadt ist das ist der Hintergrund denke ich und hier steht auch dass die Mauern wenn sie auf der neuen Erde sind dass die Tore nie geschlossen werden weil es keine Nacht mehr gibt warum keine Nacht mehr ich denke Sonne und Mond wird es noch geben wir brauchen sie nicht mehr als Lichtquellen warum nicht weil Gott da ist und Gott ist heller als jede Sonne ich glaube wir brauchen die Sonne und den Mond trotzdem noch nicht mehr als Lichtquellen sondern wofür um die Zeiten heranzugeben denn die haben ja zwei Funktionen gehabt als Gott sie geschaffen hat damals bei der Schöpfung hat ihnen zwei Funktionen gegeben erstens sie sollen leuchten die Sonne hell am Tag und der Mond in der Nacht dunkler und sie sollen Zeiten geben das heißt also unsere Jahreszeiten wie lang ein Jahr ist wie lang ein Monat ist wie lang ein Tag ist ergibt sich aus den Umlaufbahnen der Gestirne der Erde um die Sonne und der Mond um die Erde und so weiter also von daher brauchen wir sie noch um zu wissen denn es wird noch Zeit sein also wir werden nicht ohne Zeit leben denn alle Geschöpfe die irgendwann geschaffen worden sind werden immer in der Zeit leben und von daher nur Gott allein ist zeitlos von daher werden wir in der Zeit leben und wir werden auch Zeit Sequenzen haben aber es wird eben wir brauchen das Licht nicht mehr von Sonne und Mond weil Gott da ist Gott ist heller als das Licht und kein Tempel mehr warum ist kein Tempel in der Stadt wofür ist der Tempel denn da der Tempel ist eigentlich der Ort wo Gott dem Menschen begegnet warum braucht man dafür ein Tempel im Garten Eden konnten noch Adam und Eva Gott so begegnen es ist deshalb weil Gott der allmächtige sündlose Gott der heilige Gott kann mit einem sündigen Wesen mit einem sündigen Menschen keine Beziehung haben der Mensch würde vergehen und der Tempel des Heiligtums ist der Ort wo Versöhnung stattfindet wo der Mensch versöhnt wird mit Gott wo er Vergebung bekommt seiner Schuld und wo er deshalb dann wieder ja ohne Schuld vor Gott dasteht und dann auch mit Gott im Reinen sein kann mit Gott eine Beziehung haben kann und jetzt ist die Sünde ja vorbei also brauchen wir auch keine Versöhnung mehr wir brauchen keine Vergebung mehr deswegen ist das Heiligtum der Tempel nicht mehr notwendig wir können wieder direkte Gemeinschaft mit Gott haben wie damals im Garten Eden ja interessant ist übrigens auch noch hier von der Größe der Stadt hier steht die Stadt ist so breit wie lang und genauso hoch hier hört unser jetziger Verstand auf das zu verstehen wir haben gesagt 2000 Kilometer ungefähr das heißt wenn die 2000 Kilometer hoch ist was ist der höchste Punkt unserer Erde momentan Mount Everest ungefähr 8900 Meter aber und nicht Kilometer also 8,9 Kilometer also wenn man mal grob sagt 9 Kilometer ungefähr das heißt also 9 Kilometer hoch und hier sind wir 2000 Kilometer hoch also da ist man schon weit weit im Weltraum die Stadt ist also einige meinen die Stadt wäre wie ein Würfel steht hier aber nicht drin hier steht nur also die Grundfläche die ist quadratisch das ist richtig die Länge und Breite aber die Höhe ich würde sie eher mir vorstellen wie eine Pyramide eine Pyramide kann auch genauso hoch sein wie lang und breit dass wenn sie ein Würfel wäre dann könnte man ja irgendwo wie soll man in der Stadt wohnen und dann wäre alles zu ich denke das ist ein bisschen schwierig das ist eher wie eine Pyramide aber ich denke wenn wir uns vorstellen 2000 Kilometer hoch wenn wir eine Stadt hätten die so hoch wäre dann würde die Erde gar nicht mehr rund sich drehen können die würde ja einen Schlag haben würde ja Eiern also allein physikalisch ist das schon nicht vorstellbar wie sowas funktioniert deswegen glaube ich dass hier schon mindestens eine vierte Dimension dabei sein wird eine vierte räumliche Dimension dabei sein wird die wir jetzt noch nicht kennen in der wir dann leben werden und ich glaube dass auch diese neue Dimensionen in die wir dann hineinkommen werden wenn Jesus wiederkommt dass allein diese neue Dimension die wir dann erkennen in dem wir dann sind Gottes Welt Gottes Welt zu sehen auch die Engel und das alles das wird für uns eine Erfahrung sein die die nicht ja die alles übersteigt ja gut aber auf jeden Fall die Stadt die ist hier fantastisch beschrieben ja mit mit weiteren Dingen zum Beispiel sie ist aus Gold ich weiß nicht ob Gold unbedingt das schönste ist wenn man immer über Gold läuft aber ich denke der Johannes hat das wertvollste das schönste Material beschrieben und es wird noch viel schöner sein es ist nicht wirklich Gold sondern es ist wie Gold gleich reinem Glas ja auf jeden Fall es ist herrlich es ist schön es ist angenehm für uns und die Grundsteine der Mauer sind Edelsteine das heißt also mit anderen Worten es müssen riesengroße Edelsteine sein die 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 farbenprächtig sind und die leuchten und die die schön aussehen die Natur hat jetzt schon viele ja viele Schönes was man so in dem Boden entdecken kann ja an Edelsteinen heute schon aber ich denke die Edelsteine die Gott dann machen wird für die Grundmauer in der Stadt das ist schon etwas was denke ich vom allerschönsten vom allerfeinsten sein wird und die Tore sind zwölf Perlen ein Tor eine Perle also normalerweise sind unsere Perlen die wir heute haben so klein ja aber stellen Sie sich mal vor so eine Perle was weiß ich vielleicht so ich weiß nicht wie groß so ein Tor ist vielleicht so 20 Meter breit 20 Meter hoch vielleicht ja also so eine große Perle also das muss schon etwas sein was ja deswegen also die Maler hier was die so gemalt haben das ist nicht so da sehe ich keine Perle also das ist nicht so wirklich richtig gut gemalt das ist das ist kein Vergleich zu der Wirklichkeit was dann kommen wird ja und übrigens den Tempel haben wir schon erwähnt dass es kein Tempel mehr sein wird aber die Tore auf den Toren stehen die zwölf Namen der zwölf Stämme Israels der zwölf Brüder der zwölf Söhne von von Jakob warum stehen denn die Namen von diesen von den zwölf Stämmen Israelsdorf also wenn ich mir mal die Charaktere dieser 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 Leute anschaue also das waren das waren nicht so so wohlerzogene Leute also was da ging die haben die haben ihren Bruder verkauft die wollten ihn sogar töten ja und das waren raue Kerle dort die Schafhirten ja und die haben die haben die ganze Stadt umgebracht dort ja als als sie mit ihrer Schwester was gemacht haben da haben sie haben sie da einen Hinterhalt gelegt und da haben sie die ganze Stadt umgebracht also das waren Mörder das waren das waren also und die stehen dort auf den Toren also was soll uns das sagen die zwölf Brüder sind nicht so geblieben wie sie waren die haben sich bekehrt die haben sich verändert es wird am deutlichsten als Josef dort in Ägypten war und sie zu ihm kommen und Josef sie auf die Probe stellt und Josef den Benjamin herholen lässt der kommt mit und er den Benjamin vor ihren Augen wegführen möchte und dann wollte er sehen machen sie das gleiche mit ihm wie sie mit mir gemacht haben und wie dann Judah eintritt für ihn und sagt ich gebe mein Leben für ihn und ich denke das zeigt dass ihr Charakter sich grundlegend gewandelt hat dass sie wirklich die Liebe Gottes ja so wie Jesus sein Leben für uns gegeben hat so hat Judah sein Leben für Benjamin angeboten das zeigt dass das eine echte Hinwendung eine echte Bekehrung stattgefunden hat und das bedeutet egal wie schlecht sie auch sein mögen egal wie böse ein Mensch ist egal was er gemacht hat und wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat umgebracht hat und wie viele böse Taten er getan hat für jeden Menschen gibt es Hoffnung jeder Mensch kann umkehren zu Gott jeder kann Jesus in sein Leben einlassen jeder kann sein Leben Gott übergeben und Gott kann jeden Menschen verändern jeden und dann kann aus einem Menschen aus einem bösen Menschen ein guter Mensch erden Gott möchte uns verändern nach seinem Ebenbild und deswegen wenn für diese Raubeiner kann man sagen Hoffnung war dann ist für uns auch Hoffnung jeder Mensch hat die Chance diese Stadt zu betreten jeder der möchte es ist unsere eigene Wahl wenn wir sagen nein ich will nicht zwingt Gott uns nicht es wird niemand gegen sein Willen im Himmel sein stellen Sie sich vor dass jemand im Himmel und der sagt ich will aber gar nicht hier sein Gott sagt aber du musst aber hier sein nein ich will aber gar nicht nein es wird nichts wird es nicht geben es wird keiner gegen sein Willen es wird keiner gezwungen dort zu sein Gott sagt nein wenn du nicht willst kannst du gerne wählen und es ist so einfach das einzige was wir machen müssen um dort zu sein ist dass wir uns entscheiden das Angebot dass Jesus für uns gestorben ist anzunehmen dass wir ihn in unser Leben aufnehmen dass wir die Erlösung die wir geschenkt bekommen annehmen nur Ja sagen dazu ist das so einfach ja auf jeden Fall kein Tempel ist in dieser neuen Stadt uns keine Nacht ist aber auch schade keine Nacht ist auch schön wenn man sich ein bisschen schlafen legen kann ein bisschen ausruhen naja ich denke so Nacht in dem Sinne dass man jetzt die ganze Nacht acht Stunden schläft wird vielleicht nicht mehr sein aber ich denke so ein kleines Nickerchen machen kann man doch vielleicht nochmal wenn man so möchte ich denke müde werden wir auch nicht mehr aber trotzdem werden wir es auch ausruhen Gott hat ja auch sich ausgeruht als er die Welt geschaffen hat hat er am siebten Tag geruht nicht weil er müde war sondern weil er sich gefreut hat an dem was er gemacht hat und so denke ich werden wir auch wenn wir denn auch dort jeden siebten Tag ruhen werden werden wir sicherlich auch ruhen und werden uns auch erfreuen an den Dingen die Gott gemacht hat die wir gemacht haben und all der ganzen deswegen so ein bisschen ruhen werden wir schon denke ich und dann steht hier der Strom des Lebens klar wie Kristall also wenn ich mir das heutige Wasser anschaue vor ein paar Wochen habe ich mal ein bisschen Analysen durchgelesen unser heutiges, unser deutsches Trinkwasser also wir haben in Deutschland mit die laschesten Grenzwerte für Trinkwasser für ganz Europa also dass wir immer so gutes Trinkwasser haben das ist nicht nur deswegen weil unsere Grenzwerte so lasch sind und was sie alles mit dem Trinkwasser machen damit es überhaupt trinkbar ist da habe ich jetzt letztens gelesen zum Beispiel dass sie das Trinkwasser mit Aluminium waschen und natürlich geht das Aluminium wieder raus aber ein Teil bleibt doch drin von dem Aluminium und da kann man sehen es darf nur so und so viel Gramm pro Liter oder Milligramm oder Mikrogramm pro Liter Aluminium trinkwasser sein und das Aluminium das ist höchst gefährlich das ist gesundheitsschädlich also deswegen oder was sie da mit Fluor zusetzen oder mit Chlor zusetzen mit allen möglichen Zusätzen das sind alles Dinge die uns nicht gut tun das Wasser vom Thron Gottes das ist Wasser das wird schmecken das schmeckt besser als jeder Saft und das geht gegen jeder Coca-Cola heute und jeder Kaffee das schmeckt denke ich das Wasser das wird schmecken ach das so richtig schöner als alles andere wenn man da einmal von getrunken hat dann möchte man am liebsten nur noch da sitzen und den ganzen Tag nur noch trinken ja so schönes Wasser ist das und vor allen Dingen das Wasser denke ich ist ja so wie der Baum des Lebens es ist der Strom des Lebens ich glaube dass man von dem Wasser auch Stärke bekommt Kraft bekommt ja also und ich denke denn die Bäume generell dort die Bäume des Lebens ich denke eine reicht nicht aus weil zu viele Menschen sind übrigens auch nochmal von der Größe der Stadt von der Menge der Menschen ich denke die Stadt ist so groß dass eigentlich alle Menschen Platz hätten Gott hat vorgesorgt dass alle Menschen dabei sein könnten keiner muss draußen bleiben weil der Platz nicht reicht alle Menschen hätten Platz die wollen aber leider wollen die meisten nicht schade aber die Bäume des Lebens und da hat Gott eben an dem Strom rechts und links ganz viele gepflanzt ja und die tragen zwölfmal im Jahr Frucht wofür brauchen wir die Bäume des Lebens es ist ja folgendes wir haben dann ja unsterbliche Körper aber wir haben die Unsterblichkeit ja nicht von uns selbst der einzige der unsterblich ist von seinem Wesen her von seinem Wesen her ist Gott sagt die Bibel aber Gott verleiht uns Unsterblichkeit wie durch die Bäume des Lebens das heißt wir sind davon abhängig dass wir von den Bäumen des Lebens essen und dadurch bekommen wir die Unsterblichkeit das heißt dass wir nicht altern dass wir ewig frisch ewig jung bleiben durch die Bäume des Lebens zwölfmal im Jahr tragen die ihre Frucht heute unsere Bäume die tragen einmal im Jahr Frucht die haben zwölfmal im Jahr also das ist schon das wird schon schön sein und auch die anderen Bäume die anderen Früchte also ich denke da werden die Erdbeeren richtig wie Erdbeeren schmecken und die Pfirsiche und die Apfelsinen sind ja nicht in grün gepflückt sondern die sind richtig reif also die Früchte werden schmecken ich denke besser als alles was wir gegessen haben hier ich glaube dass was Gott schafft so gut ist und so gut schmeckt dass alles was wir Menschen hier uns selbst gemacht haben kein Vergleich dazu ist und ich glaube auch generell dass alles was wir an Nahrungsmitteln manchmal so industriell herstellen manchmal werden da so viele Geschmacksverstärkereien gemacht und so viele andere Sachen und Aromastoffe und sowas am schönsten am besten ist immer noch das natürliche das Obst das Gemüse was Gott und wenn es richtig schön reif ist und das ist doch etwas Wunderbares und dort wird das noch viel schöner schmecken als auf dieser Erde was Gott macht wird gut sein ja der Himmel ist ein realer Ort es wird wirklich sein nicht irgendwo nur in einem luftleeren Raum irgendwo nein Gott schafft eine neue Erde ein neues Jerusalem wir haben die Beschreibung dabei ja und wir haben einen kleinen Blick schon auf diese Herrlichkeit der zweite Punkt wir werden reale Körper haben wir lesen einen Text dazu und zwar an Philippa Kapitel 3 Vers 20 und 21 Philippa Kapitel 3 Vers 20 und 21 wie wird unser Körper sein dort heißt es unser Bürgerrecht aber ist im Himmel woher wir auch erwarten den Heiland den Herrn Jesus Christus der unseren nichtigen Leib verwandeln wird dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib nach der Kraft mit der er sich alle Dinge untertan machen kann was steht hier unser Körper unser Leib wird verwandelt dass er gleich werde Jesu verherrlichtem Körper das bedeutet als Jesus auferstanden ist von den Toten hatte er einen anderen Körper als vorher vorher hatte er einen Körper wie wir die Bibel spricht davon er war in allem wie wir er war Mensch wie wir aber bei der Auferstehung hatte er einen neuen Körper bekommen und dieser neue Körper war schon der gleiche Körper den wir auch bekommen werden es war ein menschlicher Körper aber sie konnten ihn wie kann man den Körper beschreiben von Jesus ich habe hier ein paar Stichpunkte gemacht es ist ein echter Körper gewesen also es ist nicht nur ein Scheinkörper nicht nur ein Geistwesen sondern es ist ein ein Wesen mit einem echten Körper also sie konnten ihn anfassen Jesus konnte essen er hat ja als sie glaubten es wäre ein Geist der hat er was zu essen da und da hat er was gegessen der Körper wird unsterblich sein das heißt er wird nicht mehr altern nicht mehr der Krankheit dem Tod verfallen sein der Körper wird vollkommen sein er wird alles passen wir brauchen keine Brille mehr wir haben keine Blomben mehr in den Zähnen wir haben keine grauen Haare mehr es wird alles die Nase ist nicht mehr zu lang und die Ohren nicht mehr abstehen und wenn wir irgendwelche Narben am Körper haben sind die alle weg und wir werden einen vollkommenen Körper haben und vor allen Dingen wir werden wieder jung sein ich denke wir werden ungefähr so jung sein wie so in der stärksten Kraft so 20 bis 25 so in dem Alter vielleicht und werden immer so in dem Alter bleiben nicht mehr alt werden das versuchen sie ja heute schon irgendwelche Pillen zu finden dass man nicht mehr alt wird aber vergebens Gott sei Dank gesagt irgendwann ist bei 120 ist Schluss 120 Jahre und dann ist es fertig mehr geht nicht und so sehen wir es heute auch aber ein Körper der wirklich immer vor Lebensenergie strotzt dass man nicht mehr müde wird nicht mehr ab ist nicht mehr keine Kopfschmerzen mehr hat und keine Rückenschmerzen mehr und keine es ist alles keine Krankheit es wird schon fantastisch sein dieser Körper 1. Korinther 13 Vers 12 lesen wir mal 1. Korinther 13 Vers 12 dort sagt Paulus wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild dann aber von Angesicht zu Angesicht jetzt erkenne ich stückweise dann aber werde ich erkennen wie ich erkannt bin was meint er damit? er meint jetzt können wir der Spiegel war damals nicht wie unser heutiger Spiegel so wunderbar wo man alles genau sehen kann jede Falte und jeder jeder Fleck im Gesicht sondern die Spiegel waren damals so wie Alupapier so ein bisschen dass man nur so schemenhaft Umrisse gesehen hat und deswegen sagt Paulus jetzt können wir Gott und auch das nur und auch die Ewigkeit es erahnen wie durch einen Spiegel aber dann werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen und dann werden wir erkennen wie ich erkannt bin das heißt wir werden uns wiedererkennen wir werden Jesus erkennen und Jesus wird uns erkennen und wir werden uns gegenseitig wiedererkennen wir werden wir bleiben unsere Identität wenn wir nicht mehr wir bleiben würden dann könnte Gott gleich alle Menschen sterben lassen und neue Menschen schaffen und dort hineinsetzen aber nein das will er nicht er möchte uns wie wir sind mit unserer Identität mit unseren wie wir denken mit unseren Gaben mit unseren Fähigkeiten wie wir sind möchte er uns weil er uns liebt weil er uns dort haben möchte das ist ja auch wenn jemand ein Baby hat sagt er ja auch nicht naja okay kann man ruhig weg tun und kann man ein anderes Baby ja nehmen nein Babys sind nicht austauschbar man hat das das kleine Geschäft hat man liebt weil das sein eigenes Fleisch im Blut ist und so ist auch Gott mit uns Gott hat uns geschaffen und er hat uns lieb und er möchte uns uns persönlich möchte er dort haben deswegen wird er uns verändern einen neuen Körper geben einen vollkommenen Körper aber wir werden wir bleiben mit unserem Charakter mit unseren Vorlieben mit dem wie wir sind deswegen übrigens möchte Gott auch unseren Charakter jetzt schon verändern dass wir jetzt schon Jesus immer ähnlicher werden und jetzt schon charakterlich wachsen dürfen aber auf jeden Fall unser Körper wird dann vollkommen wir werden nicht irgendwo körperlos umher schweben uns und irgendwo ja nein wir werden uns wiedererkennen die Jünger haben auch Jesus wiedererkannt am Anfang die Emmaus Jünger nicht aber es war nicht der Grund weil er einen komischen Körper hatte sondern weil Gott ihnen die Augen gehalten hat aber als Jesus unter sie trat haben sie ihn erkannt und auch später haben sie ihn erkannt das heißt Jesus hatte einen Körper der ähnlich aussah wie er vorher war aber er konnte durch geschlossene Türen durchgehen durch Wände durchgehen als die Türen verschlossen waren trat er unter sie und war einmal da das heißt in anderen Worten der Körper ist real aber ich denke er ist in der vierten räumlichen Dimension das heißt dass er die dreidimensionale Welt überbrücken kann und in der göttlichen Welt auch existiert das ist genauso wie die Engel ja auch die Engel sind jetzt hier bei uns wir können sie nicht sehen aber sie können uns sehen und sie können ja in unsere Welt reinkommen sichtbar werden für uns und auch wieder in ihre Welt zurückgehen ja und ich denke so ist auch dieser Körper wird dann auch in der göttlichen Welt leben können ja und auch trotzdem in den drei Dimensionen die wir jetzt haben ja natürlich könnte es sein dass man erst mal mit dem Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hat sich das wieder zu erkennen zum Beispiel meine Oma kenne ich nur mit Falten und wo sie alt war und wenn sie dann aufersteht und noch einen Körper hat dann würde ich immer sagen ja wer bist du denn ja sagt sie ja ich bin deine Großmutter sag ich ach das würde ich sagen das ich kenne dich aber jetzt ein bisschen anders aber irgendwo wird man doch ein bisschen von der Stimme her und von ihrem Wesen her dann das auch wieder erkennen aber wir werden wir sein mit unserer Identität ja und wir lesen noch einen Text Jesaja 35 Verse 5 und 6 das sind schöne Worte Jesaja 35 und dort Verse 5 und 6 und dort steht dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird froh locken denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im Dürrenlande die Augen der Blinden werden geöffnet was muss das für ein Gefühl sein wenn jemand blind ist Jesus kommt wieder weil man kann er sehen das erste was er sieht die Heiligkeit Jesu Jesu Angesicht Jesu Augen wenn jemand stumm ist Jesus kommt wieder er bekommt einen neuen Körper und das erste was er sagen wird ein Lob zum Ehre Gottes wenn jemand lahm ist oder wenn jemand taub ist Jesus kommt wieder er bekommt einen neuen Körper das erste was er hört dass Jesus zu ihm sagt kommt her ihr Gesicht in den Vaters erhebt das Reich gerade für Menschen die behindert sind die nicht laufen können die vielleicht künstliche Hüfte haben oder sonst irgendwie Probleme haben oder einen neuen Körper eine neue Hüfte keine Schmerzen mehr alles ist wieder perfekt was wird das für ein Leben sein das wird schön sein die Blinden sehen die Tauben hören die Stummen reden die Lahmen springen und es wird nie wieder Krankheit geben nie wieder krank sein aber ich habe noch eine andere Frage wir hatten vorhin gelesen das lesen wir nochmal Offenbarung 22 das habe ich jetzt einfach mal so stillschweigend übergangen da steht in Offenbarung 22 Vers 1 und Vers 2 und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers klar wie Kristall der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens die tragen zwölfmal Früchte jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker naja ich meine die Früchte dass wir die essen das ist klar die brauchen wir ja um dann ewig zu leben aber es steht hier die Blätter dienen zur Heilung der Völker wieso denn zur Heilung ich dachte wir werden nicht mehr krank wieso müssen wir denn heil werden es ist folgendes das Wort was hier steht im Griechischen heißt eigentlich Wiederherstellung denn Heilung heißt ja dass unsere Gesundheit wiederhergestellt wird aber es können auch andere Dinge wiederhergestellt werden was wird wiederhergestellt ich denke erstens die Herrschaft des Menschen der Mensch hat seine Herrschaft verloren damals im Gladen Eden an Satan Jesus hat sie wieder zurückgekauft am Kreuz von Golgatha und der Mensch bekommt sie wieder aber ich glaube dass das weniger mit den Blättern gemeint ist die Blätter ich denke ich haben damit weniger zu tun das bekommen wir denke ich eher nach den tausend Jahren wenn Sünde und Satan vernichtet sind dann kriegen wir unsere Herrschaft von Neuen Erde wieder so zurück ich denke was damit gemeint ist ist mehr folgendes die Größe des Menschen Adam und Eva waren ein bisschen größer als wir ich denke wir können davon ausgehen dass Adam und Eva die größten Menschen waren und alle anderen degeneriert sind kleiner geworden sind und wenn wir uns mal anschauen wie groß sind denn die größten Menschen die in der Bibel beschrieben werden da haben wir zwei beschrieben einmal den König von Ock der hatte einen Sarg der war vier Meter groß das heißt er muss also selbst ein bisschen kleiner gewesen sein vielleicht so drei Meter 80 und der Riese Goliath der war drei Meter 60 groß das bedeutet dass Adam und Eva ungefähr so diese Größe gehabt haben müssen so irgendwas zwischen drei Meter 60 vier Meter vielleicht rum ungefähr und es ist folgendes wenn wir den neuen Körper bekommen wenn wir auferstehen oder verwandelt werden lebend verwandelt werden dann werden wir in der Größe die wir haben verwandelt zum Beispiel wenn ein Kind gestorben ist oder ein Baby gestorben ist dann wird dieses Baby nicht als erwachsener Mensch auferstehen das Baby wird als Baby auferstehen das Kind wird als Kind auferstehen das heißt in der Größe wo sie waren und dann werden sie ja weiter wachsen es gibt nichts Schöneres als wenn ein Kind im Himmel aufwachsen darf das ist doch was Schönes aber genauso wie die Kinder heranwachsen ich denke so haben wir auch unseren Körper aber wenn wir unser ganzes Leben lang irgendwas zwischen 1,50 und 2 Meter nur groß sind und Adam ist vielleicht 4 Meter hoch dann werden wir Schwierigkeiten haben mit dem wir uns unterhalten dann werden wir sagen Adam komm mal ein bisschen runter das kannst du mich nicht verstehen das heißt wenn wir von den Bäumen von den Blättern der Bäume essen dann werden wir heranwachsen wiederhergestellt werden zu der ursprünglichen Größe die Gott für uns vorgesehen hat ich denke wir werden nicht alle eine Einheitsgröße haben sondern es wird schon ein bisschen Variationen geben aber doch ungefähr in diesem Größenmaßstab kann man sagen wie Gott das auch gewollt und gedacht hat für uns das heißt also Adam und Eva waren viel größer als wir heute sind uns noch etwas einige Wissenschaftler sagen und vermuten dass wir unseren Verstand heute zu maximal 10% ausnutzen können unser Gehirn Gott möchte dass wir alles nutzen können und wir werden dann wenn wir größer sind auch ein größeres Gehirn haben und wenn wir 100% wieder ausnutzen können alles dann werden wir denken können einen Verstand haben besser als jeder Computer und besser behalten können wir werden nie wieder was vergessen ich denke dass Adam und Eva sowieso viel besser viel intelligenter waren als wir wir haben heute so viele Hilfsmittel und dadurch verlernen wir selbst zu denken weil andere für uns denken die Maschinen für uns denken aber das heißt wenn wir wieder unser Verstand unser Gehirn vollkommen wiederhergestellt wird was werden wir dann für Fähigkeiten haben kreativ zu sein nachzudenken Dinge zu verstehen das muss Freude machen und was wir dann verstehen werden und erkennen werden das wird die Erkenntnisse dieser Wissenschaft der heutigen Zeit weit weit übertreffen ja reale Körper Nachum 1 Vers 9 das ist der Text den ich eben schon mal angekündigt habe den wir jetzt mal lesen wollen das ist in dem alten Testament Seite 884 bei den kleinen Propheten und dort haben wir eine eine Aussage dort heißt es was wollt ihr ersinnen wieder den Herrn er führt doch das Ende herbei es wird das Unglück nicht zweimal kommen das ist gemeint hier mit Unglück ist gemeint das Unglück der Sünde das heißt wenn wir bei Gott sind in der Ewigkeit wird es keine neuen Sündenfall mehr geben die Sünde wird nie wieder aufkommen das ist eine Verheißung die wir haben dürfen dass wir wissen können Satan und die Sünde sind endgültig besiegt und die Sünde wird nicht deswegen aufkommen weil wir nicht mehr sündigen können doch wir können wenn wir wollen aber wir werden es nicht mehr weil wir weil wir so eine Abscheu davor haben dass wir keine Versuchung mehr Richtung Sünde haben und auch gar nicht mehr das wollen dass wir die Sünde verabscheuen hassen und deswegen auch nie wieder tun werden ja das erste war der Himmel ist ein realer Ort die neue Erde ein realer Ort das zweite wir werden reale Körper haben das dritte wir werden reale Tätigkeiten ausführen wir lesen Jesaja 65 Vers 17 21 und 22 Jesaja 65 Vers 17 Vers 21 und 22 dort steht denn siehe ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird in 21 sie werden Häuser bauen und bewohnen sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen sie solle nicht bauen was ein anderer bewohne und nicht pflanzen was ein anderer esse denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen ja hier spricht also Jesaja von der neuen Himmel und der neuen Erde übrigens hier steht sie werden der vorigen nicht mehr gedenken warum nicht ich glaube es hängt damit zusammen ich glaube dass wir wenn wir auf der neuen Erde sind nicht mehr uns an die Einzelheiten der alten Erde zurückerinnern wir haben tausend Jahre Zeit im Himmel alles aufzuarbeiten was hier gewesen ist alle Sünden und alle alle Schlechtigkeit und alle alle Missverständnisse und alle Probleme und das ganze Leben alles was damit zusammenhängt haben wir alles aufgearbeitet alle Dinge geklärt stellen Sie sich vor wir würden in der Ewigkeit in ein paar Millionen Jahren irgendwann sagen ja damals habe ich auf der Erde das und das gemacht das war so eine schlimme Sache das würde uns doch belasten irgendwie das heißt ich glaube dass Gott uns die Erinnerung an die einzelnen Sünden die wir gemacht haben wegnehmen wird wir werden nicht mehr wie es hier steht nicht mehr daran denken wir werden noch wissen es gab Sünde wir werden wissen wie schlimm die Sünde war ich glaube das einzige was wir noch sehen werden von der Sünde das ist die Nägelmale Jesu in den Händen die wird er behalten die Narben die er hat dass wir wissen Jesus ist für uns gestorben er ist für unsere Sünde gestorben und hat sein Leben für uns gegeben damit wir erlöst sein können deswegen die neue Erde und ich glaube wenn es wenn es auf dem Bogen 21 steht Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen wenn Gott die Tränen abwischen wird dann heißt das dass wir nicht mehr traurig sind darüber und das bedeutet auch dass wir die Erinnerung daran Gott uns ja ich denke nehmen wird aus Granate wir werden wissen wir haben gesündigt aber nicht mehr genau die Einzelheiten die belasten uns dann nicht mehr und werden nicht mehr für uns relevant sein was werden wir tun hier steht sie werden Häuser bauen ja warum denn Häuser bauen ich dachte die baut Jesus für uns haben wir doch eben gelesen im neuen Jerusalem naja es ist so wir haben ja das neue Jerusalem wo schon die Wohnungen für uns fertig sind vorbereitet sind und wir haben ja die ganze neue Erde die ist ja noch viel größer als das neue Jerusalem da werden wir also eine Wohnung in der Stadt haben im neuen Jerusalem und eine Wohnung außerhalb und die werden wir selber bauen warum selber bauen weil jeder einen eigenen Geschmack hat der eine baut lieber rund der andere lieber eckig der eine grün der andere lieber blau oder braun und das wird dann schon ja das wird schon schön werden also ich denke ich werde mein Haus so ein bisschen auf so einem Hügel bauen Schlafzimmer brauchen wir ja nicht mehr das ist aber eine große Terrasse werde ich haben eine große Terrasse wo man ja schön draußen sitzen kann und dann so ein bisschen so eine Wiese da drunter wo man ein bisschen runter gucken kann unten so ein Teich so ein paar Enten und so ein paar Kraniche und so rumlaufen auf jeden Fall und wo man dann so ja wo man auch so ein bisschen sich so schön machen kann dann so gemütlich machen kann natürlich auch eine Küche dabei wo man auch ein bisschen was Essen zubereiten kann das ist so was Schönes und da werde ich euch alle einladen ja und dann setzen wir uns da zusammen und dann und dann werden wir sagen wisst ihr noch damals in Mannheim da haben wir zusammen gesessen und haben so nachgedacht wie es das mal sein wird und jetzt ist es Wirklichkeit jetzt sind wir da jetzt jetzt können wir es genießen was Gott uns gegeben hat das wird fantastisch sein ja und es wird uns nie langweilig werden wir werden Weinberge pflanzen steht hier und hier Früchte essen und hier steht extra dabei wir werden nicht pflanzen was ein anderer isst was wir heute manchmal haben ist wenn wir beruflich tätig sind wenn man irgendwo am Fließband steht vielleicht bei Audi oder so dann baust du den ganzen Tag immer irgendwelche Teile zusammen aber das Ergebnis das machen andere Leute da fahren andere mit dem Auto rum also ich habe selber nichts von dem was ich mache habe ich nichts von ich bekomme Geld für meine Arbeit aber ich habe zu dem Produkt was ich herstelle keine Beziehung Gott sagt das was wir tun wo wir uns für einsetzen das werden wir auch selbst genießen also so ein selbstgemachtes Brot schmeckt noch viel besser als ein gekauftes weil man es selbst gemacht hat auch wenn es vielleicht andere nicht schöner finden und besser finden aber ich selbst finde es schöner und schmackhafter weil es eben von mir gemacht ist oder wenn ich selbst ein Eis mache dann ist mein selbstgemachtes Eis eben ein selbstgemachtes das hat was Besonderes das heißt das ist etwas wo Gott sagt wir können selber das was wir tun das auch genießen natürlich kann ich auch dem anderen helfen sein Haus zu bauen das ist keine Frage dass man sich gegenseitig auch unterstützt aber aber wir werden da schon reale Tätigkeiten durchführen ich denke die Ärzte sind dann arbeitslos die müssen sich eine neue Arbeit suchen denn Krankheit gibt es ja nicht mehr aber predigen das tun wir immer noch ja also da werde ich ab und zu mal noch ein Predigt halten über Prophetie vielleicht auch noch mal gucken ja und wir werden forschen forschen werden wir in Wissenschaft forschen in die Biologie in die Chemie wir werden Dinge erfinden sicherlich aber wenn wir Dinge erfinden wird es nicht wie jetzt sein dass die Dinge wie so Autos und sowas auch Schadstoffe ausstoßen sondern es wird alles nur gut sein wir werden musikalisch künstlerisch tätig sein wir werden singen können Instrumente lernen vielleicht neue Instrumente erfinden die man dann auch irgendwo dann spielen kann und wenn stellen Sie sich vor wenn wir dann da mit Millionen von Menschen zusammen sind Gottesdienst und Millionen von Menschen loben Gott aus von ganzem Herzen manchmal ist es jetzt schon so wenn man auf so einer großen Konferenz ist und da vielleicht tausende von Menschen da das gleiche Lied singen und das ist ein Lied was so ein bisschen aus den Herzen geht dann ist das etwas was uns innerlich aufbaut was ja was und Gott weiß das Lob Gottes der Mensch findet Selbsterfüllung in der Beziehung zu Gott und im Lob Gottes Gott möchte nicht deswegen gelobt werden weil er weil er sich denn besser fühlt wenn wir ihn loben Gott weiß wir fühlen uns besser wenn wir ihn loben es ist für uns etwas Gutes und wenn ein großer Chor da ist das das wird schon gewaltig klingen das wird uns durch Mark und Bein gehen Musik ist etwas so schönes Musik kann etwas Herrliches sein aber Musik kann auch zum zum Bösen verwendet werden zur Verführung verwendet werden und deswegen müssen wir aufpassen auf dieser Erde noch wie wir mit Musik umgehen aber im Himmel wird das wird das fantastisch sein ja und eine ganze Kreativität wir werden immer wieder neue Dinge erfahren, erkennen es wird nie aufhören es wird nie eine obere Grenze geben wo wir sagen jetzt haben wir alles jetzt wissen wir alles und jetzt ist es fertig nein wir werden immer noch zunehmen wachsen im Charakter wachsen in Liebe wachsen in unseren Fähigkeiten wachsen wir werden andere Welten besuchen es gibt wir wissen aus der Bibel dass es noch andere Welten gibt die nicht gefallen sind die werden wir besuchen mit denen reden und sagen ja was habt ihr denn hier so gemacht und dann werden sie sagen ja das und das haben wir gemacht und dann werden wir sagen ihr habt ja auch bei uns mal zugeguckt ja sagen sie wir haben genau gesehen was ihr da immer gemacht habt ja was wäre und Unsinn da aber ich denke die werden uns viel mehr fragen die sind viel mehr darauf erpicht das sagen erzähl doch mal wie war denn das ich meine wir werden uns dann nicht mehr so erinnern können aber in den tausend Jahren werden wir uns noch erinnern können aber danach dann nicht mehr so aber was wir zu erzählen haben das ist denke ich wir werden sagen können das lohnt sich nicht zu sündigen das war nicht schön die Sünde hat zwar verlockend ausgesehen und sie hat Spaß gemacht aber Endeffekt hat sie uns kaputt gemacht andere Welten besuchen die werden auch zu uns kommen uns zu besuchen und wenn die Gott sehen wollen dann müssen sie auf unsere Welt kommen hierher kommen wir werden biblische Personen treffen aber ich meine natürlich mit denen zu unterhalten das ist vor allen Dingen erstmal in den tausend Jahren wenn wir uns noch erinnern können über diese ganzen Dinge mit welchen biblischen Personen würden sie sich gerne unterhalten also ich würde mich gerne mit Josef unterhalten Josef war immer als Kind so meine Lieblingsperson Josef und Daniel die beiden ihn zu fragen wie war das denn das so als er da als Sklave arbeiten musste als er im Gefängnis saß und als er zweiter Pharao wurde dem Daniel wie das so im Hof um König bei Zazza gewesen ist oder dem Noah wie das in der Archie denn so aussah welche Tiere er dabei hatte und wie viele sie denn da arbeiten mussten die alle zu versorgen die Tiere ich würde mich gerne mit Maria unterhalten ich würde Maria gerne mal fragen wie war denn das mit Jesus als er klein war als Kind wir haben in der Bibel zwei, drei Sätze darüber sie wollen mal ein paar Geschichten erzählen was Jesus so gesagt hat was er gemacht hat und wie er so als kleines Kind was er so das ist interessant da wird Maria schon viel zu erzählen haben die wird bestimmt ausgebucht sein dass alle das von ihr wissen wollen ja aber wir haben genügend Zeit wir haben genügend Zeit aber ich denke die werden die biblischen Personen die werden uns auch fragen wir die wir in der Endzeit leben der Johannes der wird uns fragen ich habe geschrieben in der Bibel in der Prophetie vom Mahlzeichen des Tieres und das war so furchtbar was ich da geschrieben habe aber ihr habt es erlebt erzählt doch mal und dann werden wir erzählen die Erfahrungen und die Erfahrungen die wir gemacht haben oder die wir machen werden noch die werden so fantastisch sein die werden mehr Wunder und mehr Dinge sein als alle Wunder der Bibel zusammengenommen in der Endzeit und wenn wir erzählen dem Johannes und den anderen Menschen der Bibel das ist ja alles über Jahrhunderte über Jahrtausende passiert und das ist ja alles so dicht geschrieben aber das sind ja viele große Abstände dazwischen und wenn wir erzählen dann werden die staunen was Gott in der Endzeit alles gemacht hat es wird schon schön sein sich auszutauschen in der Offenbarung 14 Vers 4 lesen wir einen Text der ist schön gerade für die Gläubigen der letzten Zeit die 144.000 das sind die Gläubigen die noch leben wenn Jesus wiederkommt Offenbarung Kapitel 14 Vers 4 dort heißt es diese sind die 145.000 nämlich die sich mit Frauen nicht befleckt haben denn sie sind jungfräulich die folgen dem Lamm nach wohin es geht diese sind erkauft aus dem Menschen das Erstlinge für Gott und das Lamm wenn sie jungfräulich sind dann heißt das das ist ein Symbol das heißt sie haben sich nicht mit anderen Göttern nicht mit anderen Religionen vermischt und damit beschmutzt und abgefallen sondern sie sind Gott treu geblieben uns hier steht die folgen dem Lamm nach wohin es geht das heißt wir werden Jesus begleiten wohin er geht wenn der Jesus mal sagt okay ich besuche jetzt mal den Planeten XY irgendwo dann sagen wir okay kommen wir mal mit gucken mal was da los ist wir werden mit Jesus zusammen leben in seiner Nähe sein das ist ein Vorrecht in Jesu Nähe zu sein mit ihm zusammen zu leben ja dann werden wir Jesus wenn wir Jesus deinen Arm um deine Schulter legen und er wird zu dir sagen komm her mein Lieber und wird dir deinen Namen sagen jetzt habe ich nur Zeit für dich lass uns ein wenig spazieren gehen und uns über alles unterhalten was du auf dem Herzen hast und dann werden wir mit Jesus gehen aber ich glaube dann werden wir ihn nicht viel fragen wir werden ihm in den Hals fallen und wir sagen danke Herr Jesus danke danke dass du am Kreuz gelitten hast dass du meine Schuld getragen hast danke dass du mich so sehr geliebt hast dass du auch für mich ganz persönlich wenn ich der einzige Mensch wäre der gerettet werden würde wärst du auch für mich ganz persönlich gekommen und erst gestorben danke dass du das gemacht hast damit ich jetzt in der Herrlichkeit bei dir sein darf und Jesus weiß genau unsere Vorlieben und wenn er weiß du hast gerne weiße Nelken dann wird er sagen komm hier ich habe gerade eine weiße Nelke für dich geschaffen extra für dich kannst du bei dir zu Hause hinstellen damit du an mich denkst damit du weißt dass ich dich lieb habe und wenn er weiß dass ich gerne dass ich gerne Melonen esse dann wird er sagen komm hier eine Melone das ist extra für dich besonders süß heute er wird genau unsere Bedürfnisse kennen und er wird genau das uns geben was wir brauchen ich denke es wird nichts Schöneres geben als in Jesu Angesicht zu sehen in seine Augen zu blicken die von der Liebe sind von dem Mitgefühl Jesus hat gesagt in seinem Gebet Johannes 17 Vater ich will dass die du mir gegeben hast dass die bei mir sein Jesus möchte dass wir bei ihm sind er sehnt sich danach mit uns Gemeinschaft zu haben und deswegen möchte ich dort sein weil ich weiß da ist ein Herz das mich liebt da ist jemand der sich nach mir sehnt da ist jemand der Verlangen danach hat mit mir zusammen dort zu leben Jesus liebt uns mehr als wir ihn je lieben können deswegen hat er eine größere Sehnsucht zur Wiederkunft als wir sie je haben können Jesus würde lieber heute als morgen wieder kommen aber er wartet noch weil er noch andere Menschen die er auch noch gerettet werden möchte die er auch liebt die möchte er auch noch retten und er möchte dass wir dabei helfen dass wir solche Menschen finden dass sie auch mit uns gemeinsam bei Gott in der Ewigkeit sein dürfen es ist schade um jeden Menschen der diese Herrlichkeit verpasst wie viel ist ein Mensch wert 1. Korinther Kapitel 2 Vers 9 was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist was Gott bereitet hat denen die ihn lieben die Ewigkeit die Herrlichkeit ist so wunderbar das kann kein Mensch erfassen es hat noch keiner gesehen noch keiner gehört es wird alles weit übertreffen lasst uns mehr darüber nachdenken über diese Herrlichkeit über den Himmel dass unser Herz jetzt schon dort ist denn Jesus sagte wo euer Herz ist da ist euer Schatz oder andersrum wo euer Schatz ist da ist euer Herz deswegen sollten wir unser Herz nicht an weltliche Dinge hängen wir dürfen sie haben aber wir sollten unser Herz nicht dran hängen unser Herz sollen wir dort haben innerlich bei Jesus und je größer unsere Liebe zu Jesus wird desto größer wird unsere Sehnsucht ihn zu sehen mit ihm zu leben nach Hause zu gehen in sein Reich das wünsche ich uns dass jeder der dieses Video schaut im Internet hier zuschaut dass jeder dabei ist dass keiner fehlt Jesus ist unendlich traurig über jeden Menschen der nicht dabei ist und er freut sich über dich wenn du mit ihm dabei sein darfst kommen wir zum Quiz die Quizzettel sehen so aus die können sie gerne im Internet haben wir einen Link können sie gerne runterladen ausdrucken sie können die auch ausfüllen online mit ihrem PC und mir mailen und dann können wir auch damit kommunizieren wir haben immer jeweils drei Fragen und drei Entscheidungsfragen sind nichts zu den drei Fragen Frage Nummer eins richtig oder falsch Gott wird auf der neuen Erde bei uns Menschen wohnen können sie hier reinschreiben richtig oder falsch zweitens es gibt mehrere Möglichkeiten was werden die Erlösten auf der neuen Erde tun a. mit Jesus reisen b. Häuser bauen c. Weinberge pflanzen d. sich langweilen es können auch mehrere Dinge richtig sein und drittens warum wird es nie wieder Sünde geben warum wird es nie wieder Sünde geben können Sie ein paar Stichpunkte bei drittens einfach reinschreiben die Entscheidungsfragen das ist hier rechts bei A das heutige Bibelstudium hat mir Freude bereitet wenn das zutrifft machen Sie bei A ein Kreuz b. ich danke Jesus dass er das neue Jerusalem als meine Heimat vorbereitet damit ich für immer bei ihm sein kann wenn Sie Jesus danken dann machen Sie bei B ein Kreuz und c. bitte beten Sie für mich dass ich bereit bin Jesus zu begegnen wenn Sie das wünschen dass ich für Sie bete dass Sie bereit sind dass Sie dabei sind dann machen Sie bei C ein Kreuz ich leide Sie ein dass wir zu einem Gebet aufstehen himmlischer Vater Herr Jesus Christus wir möchten dir von ganzem Herzen danken wir danken dir dass du uns erlöst hast Herr Jesus Christus dass du unsere Schuld getragen hast dass du dass du für uns gestorben bist wir danken dir dass du für uns diese Herrlichkeit vorbereitest wir danken dir dass du uns in deinem Wort schon ein klein wenig zeigst was da kommen wird wie schön das sein wird Herr hab Dank für für das was du getan hast und was du tust hab Dank für deine Liebe die wir jeden Tag erkennen dürfen Herr wir sehnen uns danach bei dir zu sein wir bitten dich Herr Jesus komm doch bald mach mit dieser Welt mit dem Leid mit der Sünde mit der Krankheit und mach doch bald ein Ende dass wir bald nach Hause gehen dürfen dass wir dich bald sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht Herr Jesus wie schön wird das sein dich zu sehen wir haben Sehnsucht danach wir haben Verlangen danach aber wir bitten dich hilf das noch noch andere Menschen den Weg finden dass noch andere Menschen mit uns gemeinsam dort sein dürfen und hilf uns dass wir auch mit dazu beitragen können dass andere den Weg zu dir finden segne du uns hilf dass wir dir treu bleiben bis zum letzten Tag und hab Dank dafür in Jesu Namen Amen Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema das Thema Nummer 10 die 10 Gebote Gottes Grundgesetz ein sehr wichtiges Thema ich freue mich Sie wieder begrüßen zu dürfen machen Sie es gut bis dahin ich freue mich mit mir Untertitelung des ZDF, 2020